Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu eurer Nachspielzeit der zweiten Frauenbundesliga. Es geht um den neunten Spieltag und da wollen wir natürlich reinschauen, was Spannendes passiert ist. Wir beginnen gleich mit einer sehr soliden Partie, SG 99 Andernach, der Aufsteiger gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist die Partie des Tabellen 8. gegen den Tabellen 7. Beide Mannschaften haben die Chance, sich ein bisschen von den Abstiegsrängen zu distanzieren und wir wollen mal schauen, wem das gelungen ist. Gehen wir direkt rein in die Partie. Erste Möglichkeit für Mönchengladbach nach einer Minute und schon die 1-0-Führung. Emily Ewels mit dem Treffer für die Gäste. Ja, da waren die Pläne der SG 99 direkt mal über den Haufen geworfen. Die mühte sich lang, Torschancen zu kreieren. Hier die nächste Möglichkeit im Spiel. Dann fast ein Eigentor von Borussia Mönchengladbach, aber nochmal klappt daneben geköpft. Die Mannschaft vom Niederrhein ackerte dann weiter. Fernschuss hier, gar nicht so schlecht aus der zweiten Reihe mal versucht. Aber keine Gefahr für Jana Theissen im Tor der SG 99. Gladbach dann hier mit einem Eckball von der linken Seite. Ball kommt dann irgendwie nochmal in die Mitte und dann ist die Möglichkeit da. Aber auch dieser Schuss geht deutlich über den Kasten. Da war bisher deutlich mehr drin. Auf beiden Seiten hier dann ein Torwartfehler und dann ist der Ball fast im Netz. Aber irgendwie kann die Defensive der Borussia das noch verhindern. Und den Ausgleich hier gab es zunächst nicht für Andernach. Die in der zweiten Halbzeit dann hier mit einer Freistoßvariante einfach mal abgezogen. Aber kein Problem für Gladbachs Torhüterin, für Claudia Hoffmann. Die 81. Minute dann schon Andernach. Versuchte alles, wollte den Ausgleich, doch scheiterte immer wieder knapp. Und so blieb es letzten Endes beim 1 zu 0. Ja, Borussia Mönchengladbach somit mit einem knappen, aber wichtigen Auswärtssieg kann sich weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Und in unserer nächsten Partie, ja, da geht es um Ähnliches. Denn wir haben Arminia Bielefeld gegen BV Kloppenburg. Der Tabellenneunte gegen den Tabellendreizehnten. Und da schauen wir mal, welche Mannschaft die Nase vorn hatte. Ja, bereits kurz nach Spielbeginn, die erste Möglichkeit super in den Körper reingestellt. Durchgesetzt, Lupfer, Natsuti, Kishikawa hier mit der Führung für Kloppenburg bei Arminia Bielefeld. Die war nicht unverdient, super Tor hier. Und es dauerte lang, ehe Arminia sich auch Chancen herausspielen konnte. 72. Spielminute, Flanke von der linken Seite, alle steigen hoch. Doch da kann die Verteidigung Kloppenburgs noch einmal klären. Keine Gefahr für Vanessa Fischer im Tor. Das sah dann in der 87. Spielminute anders aus. Bielefeld setzt sich hier schön durch über die rechte Seite, Flanke in die Mitte. Kopfball, 1 zu 1 der Ausgleich. Tanja Grünheit hier mit dem späten Treffer für Arminia Bielefeld. Die nochmal alles nach vorne warfen, den Sieg hier wollten. Nächste Möglichkeit dann nochmal in der 90. Spielminute über die linke Seite. Nochmal Flanke in die Mitte, Kopfball aber super gehalten. Und somit das 1 zu 1 am Ende hier zwischen Bielefeld und Kloppenburg. Ja, Arminia Bielefeld und Kloppenburg trennen sich somit 1 zu 1. Unentschieden in diesem Spiel. Bringt keine Mannschaften so richtig weiter. Wen ein Sieg weiterbringen würde, das ist der FC Bayern München 2. Die Mannschaft, die in den letzten Spielen sehr, sehr viele gegen Tore kassierte, sehr unglücklich agierte in der Defensive und endlich wieder einen Sieg braucht. Und diese Mannschaft spielte gegen den 1. FC Saarbrücken zu Hause und wollte den Heimsieg unbedingt. Gehen wir rein in die Partie des Tabellenelfen gegen den Tabellenvierzehnten. Bayern München hier von Anfang an bemüht in der 33. Minute super den Ball durchgesteckt. Dann irgendwie der Abschluss, aber der Ball findet nicht seinen Weg ins Tor. Gut gehalten von Christina Ehl auf Seiten des 1. FC Saarbrücken. Freischluss dann in der 41. Spielminute. Schönes Ding, aber auch knapp daneben gesetzt. Und somit nicht die Führung für den FC Bayern München. So ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Dann ein Freischluss in der 2. Halbzeit. Auch hier Christina Ehl zur Stelle. Bayern München mühte sich. Wollte den Sieg unbedingt. 68. Spielminute. Dann nochmal die nächste Möglichkeit. Ball hier in die Mitte gespielt. Mit links dann abgezogen, aber auch knapp daneben. Kein Gefahr für den 1. FC Saarbrücken. 72. Spielminute. Dann Eckball kurz ausgeführt. Bayern München über die linke Seite. Ball wird dann nochmal reingeflankt auf den 2. Pfosten. Nächste Kopfballmöglichkeit, die auch nicht seinen Weg ins Tor fand. Bis zur 85. Spielminute. Freischluss dann nochmal für die Bayern. Ausgeführt. In die Mitte irgendwie geklärt. Und dann kommt der Ball in die Mitte. Tor 1 zu 0. Führung für den FC Bayern München. Leonie Köster macht den Heimsieg hier klar. Ja, die Bayern somit endlich wieder mit einem Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken. 1 zu 0 in der Heimat. Da kann die Mannschaft vom Rekordmeister die Zweitvertretung der Damen aufatmen. Wir schauen natürlich gleich auch am Ende der Sendung, was das für die Tabelle bedeutet. Ja, die nächste Partie der SV Meppen gegen die TSG Hoffenheim. Ein spannendes Spiel, wenn man denn bedenkt, dass Meppen ja lange oben dabei war. Werder Bremen dem Tabellenführer gefährlich werden wollte. In den letzten Spielen lief es nicht so ganz für die Mannschaft des SV Meppen. Jetzt Tabellenplatz 3 aktuell mit 14 Punkten. Bekam es mit der TSG Hoffenheim zu tun, dem Tabellenvierten. Der Punkt gleich direkt dahinter stand. Und beide Mannschaften wollten natürlich zum VfL Wolfsburg, dem Tabellenzweiten, aufschließen, um die Aufstiegschancen zu wahren. Neunte Minute hier die erste Möglichkeit für den SV Meppen in Blau. Spielend mal abgeschlossen, aber harmlos. Kein Problem für Hoffenheims Torhüterin Ann-Kathrin Dilfer. Meppen tat viel fürs Spiel, war sehr bemüht, hier sich durchzukombinieren. Dann aus der Ferne mal abgezogen. Plötzlich ist der Ball drin. Mareike Kregel mit dem Tor aus der Entfernung. Da sah Hoffenheims Torhüterin Ann-Kathrin Dilfer nicht so ganz glücklich aus. Dennoch schlug der Ball ein und Meppen machte einfach weiter. Spielte hier super organisiert. Nach vorne, nächster Abschluss aus der zweiten Reihe. Diesmal ist Dilfer zur Stelle, kann Schlimmeres verhindern. Neunzehnte Spielminute, dann endlich mal ein Lebenszeichen der TSG-Ecke von der rechten Seite ausgeführt. Auf den zweiten Pfosten, Kopfballmöglichkeit. Und gerade noch in die Arme von Kari Nerdemann, die den Ball hier halten kann. Hoffenheim war durch Standards stets gefährlich. Aber auch Meppen tat die 57. Minute Kopfballchance hier über den Kasten. Weiterhin 1 zu 0 für die Gastgeber, die hier weiter alles dafür taten, diesen Heimsieg klarzumachen. Nächste Chance dann hier super durchgesetzt. Kleine Finte abgeschlossen. 2 zu 0. Meike Behrensen mit der Vorentscheidung für den SV Meppen, der in der 90. Minute noch eine Torchance bekommen sollte. Die hier wieder super rausgespielt war über die linke Seite. Doch es blieb beim 2 zu 0 und damit beim Heimsieg für den SV M. Ja, der SV Meppen summet mit einem ganz wichtigen Sieg. 2 zu 0 über die TSG Hoffenheim kann oben dranbleiben. Da schauen wir gleich natürlich auf die Tabellenkonstellation. Vorerst haben wir aber noch eine Partie, die sehr viele Tore verspricht. Werder Bremen gegen Turbine Potsdam. Ja, Werder Bremen, der Tabellenführer, ungeschlagen. 7 Sieger, 1 Unentschieden. Da wusste man natürlich, dass man auch zu Hause gegen Turbine Potsdam gewinnen will und gewinnen muss gegen den Tabellenzehnten. Und wir schauen jetzt mal, in welcher Art und Weise das den Werderanern gelangt. Werder Bremen hier mit Top-Torjägerin Cindy König sofort bemüht, alles zu tun, um den Sieg früh klarzumachen. Zehnte Minute, da war es allerdings Giovanna Hoffmann mit dem 1 zu 0 für die Werderanerinnen, die hier alles dafür taten, weiter zu spielen, weiter Tore zu schießen. Das taten sie hier auch. Cindy König war dann zur Stelle die Top-Torjägerin mit dem 2 zu 0. Nach 14 Minuten Turbine Potsdam in dieser Phase des Spiels bereits völlig überfordert. 36. Minute, die nächste Möglichkeit über die rechte Seite für die Werderaner. Ball in die Mitte gespielt, zunächst noch gehalten, aber dann ist Cindy König erneut zur Stelle. Zweiter Treffer 3 zu 0 nach 36 Minuten. Zala Mersnik im Tor von Turbine Potsdam erlebte einen rabenschwarzen Tag. Doch Turbine dann auch mal mit einer Möglichkeit nach 37 Minuten hier die Möglichkeit abzuspielen. Doch Marlene Müller schließt selber ab zum Anschlusstreffer 1 zu 3. Doch dieser Abstand werte nicht lange, denn Werder Bremen bereits in der 44. Minute mit dem 4 zu 1. Etwas glücklich kommt der Ball hier in die Mitte, Abwehrfehler. Und dann ist es natürlich erneut in der Mitte, Cindy König. Sie rüberlegt auf Julia Koffler und die schließt ab zum 4 zu 1 und gleichzeitig zum Pausenstand. Auch in der zweiten Halbzeit das gewohnte Bild. Werder Bremen von rechts nach links, hier mal aus der zweiten Reihe abgeschlossen. Selina Czerzi etwas unglücklich von Turbine Potsdams Torhüterin Zala Mersnik. Der Ball war nicht ganz unhaltbar. Auch hier in der Szene sieht sie nicht ganz gut aus. Der nächste Treffer für Werder Bremen, Giovanna Hoffmann trifft hier zum 6 zu 1 für Werder und damit nicht genug. 87. Minute erneut die Bremerinnen, die hier taten, was sie wollten. Flanke in die Mitte und ganz in Ruhe Lina Hausicke eiskalt mit dem Pfosten zum nächsten Treffer. 7 zu 1 für Werder Bremen und in der 89. Minute der Schlusspunkt und das Debakel für Turbine Potsdam, was perfekt war. Verena Folgmann zum 8 zu 1 und damit zum Endschlatt. Ja, Werder Bremen, der Tabellenführer, ungeschlagen weiterhin mit dem nächsten überzeugenden Kantersieg gegen Turbine Potsdam. Acht Tore, absoluter Wahnsinn. Und da wird man natürlich glücklich sein bei den Werderanerinnen, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Und das tun wir gleich mal zunächst nochmal, die Spieltagsübersicht. Der FC Bayern München schlägt den 1. FC Saarbrücken mit 1 zu 0. Der 1. FFC Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg 0 zu 0. Der SV Meppen gewinnt 2 zu 0 zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Der FC Ingolstadt besiegt den FSV Gütersloh mit 2 zu 1. SG 99 Andernach knappe Heimniederlage 0 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen eben gesehen überzeugendes, überragendes 8 zu 1 gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Und Arminia Bielefeld und der BV Kloppenburg trennen sich 1 zu 1. Werfen wir nun einen Blick auf die Tabelle nach dem 9. Spieltag der 2. Frauen Bundesliga. Werder Bremen unangefochtener Tabellenführer mit 25 Punkten. 6 Punkte vor dem VfL Wolfsburg auf Rang 2. Der 19 Punkte inne hat auf Rang 3 der SV Meppen mit 17 Punkten auf den Fersen. Auf Platz 4 der FC Ingolstadt mit 15 Punkten. Im Mittelfeld der Liga sehen wir Borussia Mönchengladbach auf 7 und die SG 99 Andernach auf 8. Dahinter der FC Bayern München 2, der sich nach dem Sieg etwas erholen kann auf Rang 9. Die Abstiegsregionen Platz 12, 13 und 14 bilden der 1. FFC Frankfurt 2 mit 8 Punkten. BV Kloppenburg mit 7 Punkten und der 1. FC Saarbrücken das Schlusslicht mit 6 Punkten. Vielen Dank liebe Fußballfreunde. Das war eure Nachspielzeit für die 2. Frauen Bundesliga. Bitte abonniert unsere Kanäle auf Facebook, YouTube und Instagram. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus der Soccerwatch TV Zentrale. Mal und ihr Woche.